Egal ob du den ganzen Tag am Computer arbeitest oder ständig auf den Beinen bist. Es gibt eine Massagetechnik, die den Stress und die Schmerzen lindern kann, die mit dem Alltag einhergehen. Aber das ist nicht einmal das Beste. Es hilft auch bei der Gewichtsabnahme und es dauert nur 30 Sekunden. Diese Magie ist eine alte chinesische Technik der Selbstmassage. Und wenn du bereit bist, es zu versuchen, dann schau weiter zu. In erster Linie, was genau ist dieses Selbstmassage-Ding? Nun, es ist eine Technik, die auf einer 4000 Jahre alten chinesischen Praxis namens Qigong basiert. Qigong soll den Fluss des Qi der Lebensenergie im Körper verbessern. Es gibt zwar nicht wirklich wissenschaftliche Beweise dafür, dass das Qi tatsächlich existiert, aber es gibt viele erfolgreiche klinische Studien, die zeigen, wie sich diese Selbstmassage positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt. Eine Studie aus dem Jahr 2010, die im Natural Medicine Journal veröffentlicht wurde, ergab, dass die Qigong-Techniken wie die Selbstmassage die Durchblutung und den Stoffwechsel verbessern und so die Gewichtsabnahme unterstützen. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2017, unter der Leitung von Dr. Kristin K. Jerger von der University of North Carolina, zeigte, dass die Qigong-basierte Massage auch Kindern mit Autismus hilft, sich besser auf Aufgaben zu konzentrieren und sich weniger gestresst zu fühlen. Die Massage beinhaltet im Wesentlichen das Kloppen und Tippen auf verschiedene Körperteile, mit den Händen oder Fingern. Jede der Bewegungen dauert nicht länger als 30 Sekunden und kann jederzeit ausgeführt werden. Die Ärzte empfehlen jedoch, es morgens zu tun, um sich den ganzen Tag über erfrischt zu fühlen oder wenn du dich besonders müde fühlst. Du solltest deinen ganzen Körper jedes Mal massieren, aber du kannst dich auch bei Bedarf auf bestimmte Punkte konzentrieren. Nun versuchen wir es! Angefangen mit... 1. Dem Kopf Stehe gerade auf und tippe mit den Fingern beider Hände auf den Kopf und mache die Bewegung von der Stirn nach hinten. Achte besonders auf die Schläfen, die Oberseite des Kopfes und den Nacken. Du solltest 10 Wiederholungen von vorne nach hinten machen oder 30 Schläge auf jeden Punkt ausführen. Stirn, Schläfen, Oberteil und Hals Wenn du mit dem Tippen fertig bist, reibe all diese Bereiche, bis sie rot werden. 2. Die Ohren Dies ist der einzige Bereich, der weniger Klopfen und mehr Reiben erfordert. Tatsächlich ist das Klopfen auf die Ohren gar keine gute Idee. Reibe deine Ohren kräftig mit beiden Händen und achte dabei besonders auf die Ohrläppchen. Scheue dich nicht, deine Ohren ruhe zu machen. Das ist der springende Punkt. Denke daran, dass du die Durchblutung anregst. Allerdings sollte es trotzdem nicht schmerzhaft sein. 3. Die Arme Halte deinen linken Arm vor dich hin und klopfe mit der rechten Hand von allen Seiten an. Zuerst den Unterarm, innen und außen und mache die Bewegung bis zur Schulter. Widme der inneren Krümmung deines Ellenbogens besondere Aufmerksamkeit. Mache 25 Klopfbewegungen an jeder Stelle und wiederhole es dann für den rechten Arm. 4. Die Hände Halte deine linke Hand vor dich hin und klopfe mit den Fingern deiner rechten Hand beginnend am Handgelenk und durch die Handfläche in Richtung der Finger. Achte auf die Punkte, an denen du sensibel bist. Mache 30 Klopfbewegungen auf jede Zone und vergiss nicht, auch auf deine Fingerspitzen zu tippen. 5. Die Brust und der Bauch Beginne mit der offenen Handfläche oder Faust von der Unterseite der Brust aus und klopfe 10 Runden lang immer wieder nach oben. Mache es länger für die Rippen und Achseln und klopfe beide Bereiche 30 Mal ab. Wenn du mit deiner Brust fertig bist, klopfe deinen ganzen Bauchbereich leicht mit deinen offenen Handflächen ab. 6. Der Rücken und das Gesäß Stehe gerade und klopfe mit der linken Handfläche oder Faust auf die rechte Seite des Rückens. Versuche wirklich so weit wie möglich nach hinten zu gelangen. Dann schalte hoch und klopfe mit der rechten Hand auf die linke Seite des Rückens. Wiederhole 15 Mal die Bewegung und bewege die Hände nach dem Klopfen. Nun zum Hintern. Klopfe mit der linken Hand auf die linke Pobacke und mit der rechten Hand auf die rechte Backe. Tu es 50 Mal auf jeder Seite. 7. Die Beine Hebe dein rechtes Bein ein und klopfe es mit beiden Händen von allen Seiten ab und mache es von den Knöcheln zur Hüfte. Mache dasselbe für das linke Bein und wechsle erneut, indem du es 10 Mal für jedes Bein wiederholst. Achte besonders auf die Rückseite deiner Knie und klopfe 30 Mal auf diesen Bereich. 8. Die Füße Setz dich auf einen Stuhl oder den Boden und halte deinen linken Fuß in der linken Hand. Tippe von allen Seiten mit der rechten Hand auf den Fuß, beginnend mit der Ferse und in Richtung der Zehen. Achte besonders auf die Mitte der Sohle, da sie die empfindlichste Stelle ist und die meisten Punkte an dieser Stelle konzentriert sind. Tippe 30 Mal darauf, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Sobald du mit dem linken Fuß fertig bist, mache dasselbe mit dem rechten Fuß. Wechsle zwischen den Füßen 10 Mal hin und her. Wenn du dich fragst, was genau all dieses Klopfen für dich tut, erfährst du hier, was die chinesische Selbstmassage mit dir anstellt. Kopfschmerzen Die Technik hilft die Durchblutung zu verbessern, indem sie die Blutgefäße erweitert. Es lindert Kopfschmerzen. Müdigkeit Wenn du mitten am Tag völlig erschöpft bist, bringt dir die Stimulierung des Blutflusses einen dringend benötigten Energieschub. Übergewicht Diese Selbstmassagen ersetzen nicht das Fitnessstudio und eine gesunde Ernährung. Aber sie erhöht den Stoffwechsel. Cellulite und Stumpfartan Eine erhöhte Durchblutung der Haut reduziert Cellulite und verleiht dir ein gesundes Aussehen. Verdauung Mit zunehmender Durchblutung kommt eine bessere Organfunktion. Und dazu gehören auch die Stimulierung der Verdauung und die Beseitigung von Radikalen. So fantastisch all diese gesundheitlichen Vorteile auch klingen, solltest du wissen, dass die chinesische Selbstmassagetechnik mit einigen Risiken einhergeht. Achte also darauf, den Arzt zu konsultieren, bevor du es selbst durchführst. Es ist definitiv keine gute Idee, es zu tun, wenn du an folgenden Symptomen leidest. Starke Schwäche oder Müdigkeit Eine Erhöhung der Durchblutung, wenn du dich extrem schwach fühlst, kann Spindel verursachen, was dir nur noch mehr Probleme bereiten kann. Extremer Hunger oder im Gegenteil, zu voll zu sein In diesen Fällen sollte man entweder sehr vorsichtig mit der Selbstmassage sein oder es gar nicht erst tun. Die Steigerung des Stoffwechsels könnte negative Folgen haben. Eine Infektion Infektionen, die sich im Blut ausbreiten. Wenn du also den Blutfluss erhöhst, beschleunigst du nur diesen Prozess. Verbrennungen, Verbrühungen oder andere Hautschäden Das Berühren oder Massieren von beschädigten Stellen ist nie eine gute Idee. Lass die Wunden zuerst heilen. Menstruation Die Durchblutung mit Massagen zu erhöhen, kann den Menstruationsfluss verstärken. Am besten ist es, den Körper in dieser Zeit ruhen zu lassen. Schwangerschaft Dein Bauch und dein Gesäß werden während der Schwangerschaft sehr empfindlich. Also sei besonders vorsichtig, um keine Selbstmassage an diesen Stellen durchzuführen. Dein Körper hat bereits genug zu tun, um einen winzigen Menschen heranwachsen zu lassen. Eine schwere Krankheit Wenn du einen kritischen Zustand bei einem oder mehreren inneren Organen hast, solltest du zum Arzt gehen, anstatt zu versuchen, dich durch Massage selbst zu behandeln. Auch wenn du gute Gründe hast, die dich veranlassen, eine erhöhte Durchblutung zu haben, sind Massagen, die den Blutfluss erhöhen, nicht unbedingt für dich geeignet. Also lieber Sonnenschein, klingt die chinesische Selbstmassagetechnik nach etwas, das du ausprobieren willst? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Denke daran, diesem Video ein Like zu geben und auf Abonnieren zu klicken, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.